Hallo, hier ist Ronja und wir spielen mal wieder eine Folge ScrubblyO, aber nicht zu dritt, sondern mit einem Ehrengast. Und zwar, wir sind zu dritt, zu viert, vier, mit Julianus33 mit den toten Augen. Wir haben ein paar Custom-Warts, aber wir benutzen sie nicht exklusiv, nur um das Ganze ein bisschen abzuspeißen. Ich würde sagen, wer fängt an zu zeichnen? Ne, Julian fängt an mit, okay Julian, wie gut. Auspuff und Pikachu, schon mal starke Guesses. Ich sag, es ist Auto. Ich sag, es ist Baum. Brett. Brett hat fünf Buchstaben, Tops. Fünf. Was ist das? Das ist eindeutig ein Kasten. Ein Kasten? Ein Kasten. Das ist doch ein Auspuff. Das ist eine Flagge. Was ist ein Ziegelstein? Haus. Dann gibt's das Sohn. Das sieht aus, als ob der Ziegelstein ein Sixpack hat. Ja, das ist echt so. So, oh, ich bin ripped. Was ist das? Dann gibt's so ein Gerät und... Das ist so, als ob ein Darm von Tops. Ah, danke. Also so zack, ne? Kettensäge. Ah! Oh, das ist einfach nur Säge? Oh, wow. Ich bin so schockt. Warum hast du denn eine Ziegelstein? Ja, aber ist gut gezeichnet. Not bad, ja. Ja, also... Ein, ein... Oh, aber... 1A. Zeichnet man. Aber jetzt ist ein starker Kontrast. Jetzt kommt, jetzt kommt Dings. Jetzt kommt... Ah, meine Maus! Kindergartenmalerei. Nicht malen. Mich auch, Flo. Auspuff? Jetzt kommen die Slenderman-Zeichnungen. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ein T-Shirt? Ist das T-Shirt falsch? Äh... Pullover? Äh... Hier so eine Person, die hat dann hier so einen Kopf, bla bla bla. Der Kopf ist nicht mal mehr im Bild. Wenn es jetzt um den Kopf geht, dann werde ich wütend. Ist was? Daumen runter. Das hier ist so ein weißes T-Shirt, ne? Pullover. Wenn man ganz viel sich bewegt, ne? Dann passiert da was. Was tut man, wenn man Sport macht? Hier so... Ah! Gut. War doch gar nicht so schlecht, oder? Was ich auch interessant fand, was tatsächlich... Gar nicht passiert. Es war eine... Auf einmal sehr gerade Linie und... Äh... Einen wütender Schrei. Oh! Im Strich? Äh... Das wird eine Skipiste. Was? Autobahn. Wie kommst du auf Skipiste? Warte mal kurz. Am Anfang waren es so diese Streifen und dann hab ich gedacht, das wird eine Skipiste. Ist keine Autobahn, dann ist es eine Landstraße. Okay. Okay, das ist ein grüner Kasten auf der Autobahn. Nein! Das ist doch kein Autobahn! Hüterer Kasten mit zwölf Lecken. Das ist ein Verkehrshindernis. Ey, komm schon. Verkehrshindernis. Das war falsch geschrieben sogar. Oh! Ha ha ha! Easy boy! Wunderschön gezeichnet. Weißt du was? Daumen hoch. Wunderschön. Kunstwerk. Polizei? Ja, die Polizei. Sie nimmt deine Mülltonnen mit, leert sie in das Auto aus und stellt sie dann wieder hin. Klassische Polizei. Nein. Julian, es ist wirklich... Es ist... Es ist... Es ist kein deutsches Wort. Es ist... Julian. Es ist... Moll. Mollwagen. Das ist aber ein schöner Mollwagen. Müllabfuhr. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, Julian? Äh... Müllwagen! Müllautos! 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 Okay, das wird jetzt keine schöne Zeichnung, okay? Nur schon mal vorweg. Ich bin kein begabter Tierzeichner. Hehehehe! Ja, was denn? Wie heißt das jetzt? Das ist ein Cheater, oder wie die heißen. Nicht Cheater, aber... wie heißt das? Das ist auch ein Cheater. Ja. Was ist denn hier? Hirsch! Das ist ein Hirsch! Eindeutig! Ihr werdet es gleich erkennen. Au! I got it. Hä? I got it. Hä? Das ist... komm, man erkennt's. Bitte. Wow. Ey, du hättest dicke Streifen machen müssen. Ja, und weiß jetzt auch noch machen. Wobei, ist das auch nicht bad, ey. Hä? Tiger haben... sind so... Also... Glücklicherweise nicht so, aber... Böse räumen, ja schämlich. Ich will nur anmerken, dass... Ich hätt noch ein Gesicht gemalt. Ich hab noch ein Punkt überholt. Easy! Easy! Erster Platz! Boah! Äh... Ente? Achso, Deutschland. Da wohnen Tups? Mhm. Ja? Das ist die Japan-Frage. Ja, ist okay. Wir haben es verstanden. Da wohnen Tups. Ja! Was ist denn der Punkt jetzt? Dann ist... Dann ist... Dann ist irgendwie... Dann ist irgendwie... Da ist irgendwie so... Ich find's gut, dass Tups aggressiv ist. Österreich? Ja. Da ist irgendwie... Da so ein Land. Und wer ist das? Schweiz? Ich hab's. Schweiz? Niederlande ist doch links. Die Niederlande sind links. Niederlande, Holland sind links. Dänemark ist auch links. Rechts ist Russland. Ey, also ich muss sagen, ich weiß... Julian und ich wissen das, weil wir wohnen sehr weit in Österreich an der Grenze zu diesem Land. Deswegen wissen wir das. Was gibt's hier noch? Ja, weiß ich nicht. Ich beginne mit T. T. T? Tschechien? Oder wie? Oh. Nein, der hat's noch. Gerade in dem Moment. Hauptsache ich sagst du, was ist denn in Europa? Äh, Trupp schreibt Russland. Vor allem hab ich davor schon unerfolgreich Russland geschrieben gehabt und hab gesagt, ja, das war nichts. Russland? Ich hab geschrieben Grenzkontrolle. Das ist gemein. Ich find's schön, wie du Tobias mit dem roten Gesicht und den wütenden Augen gemalt hast. Oh, guter Guess. Ich wünschte, man könnte Guesses? Guesses? Guessen? Daumen hoch und sowas geben. Okay. Kasten. Schon wieder ein klassischer Start für ne Top-Zeichnung. Er macht das immer. Fernseher. Das ist kein Fernseher. Das ist kein Fernseher. Das sieht aus wie ein Fernseher. Willst du mich veralbern? Das ist da. Monitor. Was ist das? Computer. Was ist das? Ja. Da gibt's dieses eine Programm. Da macht man hier so, so, so ein Bild. Easy. Boys. Easy. Kannst du dann Paint? Paint. Ich benutze keine gute Software. Ich benutze Paint. Übrigens, Julian, ich weiß nicht, ob du's weißt, aber oben siehst du die, äh, Bookshop. Ja. Ja. Du kannst... Warum 20 Euro im Monat bezahlen, wenn du auch Paint haben kannst? Ich bitte euch. Das ist, das ist so ein Programm, womit du dementsprechend das Beat, äh... Weißt du, du hättest ein Foto malen müssen und dann einen Einkaufsladen. Dann wär's klarer gewesen. Das wär dann viel zu einfach gewesen, Alter. Ich bin erster und da bin ich richtig stolz drauf. Oh mein Gott, wie? Vor allem auch noch mit Abstand. Flo? Hast du uns was zu sagen? Ich mach's echt geile Zeug. Blauer Himmel. Wunderschön. Landschaft. Oh ne! Das ist ein... Unter Wasser? Das ist unter Wasser, oder? Das sind so Seealgen? Pufferfisch. Hä? Was ist denn das? Was ist das? Das ist... Was ist das? Ein Fischli. Oh, okay. Pufferfisch. Ronja, danke. Hä? Hab ich jetzt nicht... Hab ich jetzt falsch geschrieben? Pufferfisch. Toss. Ach so. Pufferfisch. Wer kennt ihn nicht? Den Pufferfisch. Kugelfischer. Ja. Ey guck mal, ich will das mal zeigen. Ja, das ist schön. Ja, ich war grad grad so... Der Kugelfischer. Wer kennt ihn nicht? Den Kugelfisch. Den Kugelfischer. Ey Leute, ich will mal, dass die Leute in den Fanouts machen, wo Tobsen Kugelfisch ist. Ja. Nein. Weißt du... Dann Siegelkugelfisch. Hä? Easy, boy! Wow. Let's play! Was? Batman-Logo. Hä? Du denkst, er ist simpler. Ah. Das Tier. Ja. Hä? Äh. Felder-Maus. Gute alte Felder-Maus. Die Felder-Maus. Ich bin der Wahlbecken, das ist die erste beim allererste Mal. Das ist doch nicht... Also das ist doch... Ne. Das ist eine Lüge. Das akzeptiert von dir. Das würde ich nicht in Ordnung. Können wir das switchen einmal? Typ, bitte. Danke. Editier's doch einfach. Ich editier das. Ich bin jetzt erster. Dankeschön. Wow. Vielen Dank, Editor Ronja der Zukunft. Woodside. Ähm. Das ist kein Kalender? Hä? Oh. Ich weiß nicht, was das alles damit zu tun hat, aber... Kein Stundenplan? Hä? Ist nicht schlimm. Noch bin ich auf meinem ersten Platz. Ja, noch kriegst du. Okay, warte, warte. Ich weiß nicht mehr, ob ich das editieren kann. Ist das Spiegelei? Cafeteria. Nein, es geht nicht um das und das. Mittagspause. Was? Frühstück? Wo hat man da Frühstück gesehen? Ey, wer hat grad gezeichnet? Oh, nein, nein, nein. Du hast mich nicht aufgeholt. Ich bin noch auf Platz eins. Ja, Kronka. Das kennen wir doch schon alle, das haben wir schon mal gehabt. Ich kann nicht tippen. Und dann noch dieses hier. Oh mein Gott, ich bin so ein Idiot. Äh, wie heißt das? Was? Warum? Äh. Mach hier. Mann! Tippen kann ich nicht. Ja. Ich hab es... Hey, warum machst du nochmal pink drüber? Lass mich. Okay. Jetzt sieht's aus wie ein Strohhalm, der in einem Popel steckt. Danke, Rania. Danke. Bitte. Jetzt auch noch die geraden Linie drüber. Ich weiß nicht, was das soll. Ist es mir ein Rätsel? Ja, ich führe immer noch. Tust du das, Flo? Was ist eine Rochen? Oh, warte, was? Oh, was? Ich kann tatsächlich aufholen. Warte, dann... Dann muss ich mich gar nicht auf Platz eins editen, wenn ich wirklich gewinne. Guck mal, jetzt muss ich nur noch... Äh, ich mein... Ehrlich gewinnen. Aha. Nicht mich editen. Warte, was ist das? Äh, das ist ein... Reifen. Nein. Ey, das ist richtig schwer. Wie soll ich das machen? Warte mal ganz kurz. Das ist eine... Kassette. Ähm. Warte mal. Äh. Mach's mal simpler. Das ist ein... Ne... Loa... Ding. Loa... Ding. Dicke. Ah! Was? Das ist super schwer zu malen. Hä? Was ist denn das? Wie nennt man... Wie... Deutsches Wort. Ja, Video ist doch ein deutsches Wort. Video ist doch das deutsche Wort. Oh mein Gott. Wirklich? Das ist ja doof. Das ist ja doof. Also das... Ne. Also... Pfff. Was ist das? Rochen? Kennst du das nicht? Was ist denn Rochen? Okay. Rochen ist... Ach, das ist ein Rochen. Ich dachte Rochen ist irgend so ein deutsches Wort. Keine Ahnung. Okay. Äh. Tops. Der spuckt irgendwas. Nein, nein. Äh. Was? Ich bin entführend. Wie? Hä? Okay. Guck und er macht Musik damit. Mit seinem Mund. Oh Mann ey, ich bin richtig gut. Ronja, toben Sie erst und wir müssen was machen. Ich weiß, es gibt so... Vor allem Tobe auch nur mit Vorsprung. Guck mal. 2600. Aber wir holen ihn auf. Wir holen ihn auf. Ich mach 400 Punkte. Das ist schon Runde 4 von 4. Ich mach 400 Punkte. Ich mach 400 Punkte. Ich werd was zeichnen, was toben Sie geraten wird. Okay. Ich werd was zeichnen, was toben Sie geraten wird. Okay. Gut. Flo, ich baue auf dich. Das ist ein Fahrrad. Das ist ein Motorrad. Hä? Das ist ein... Bonja. Messer? Jemand zerschneidet Reifen. Ich werd, Julia macht irgendwas aus Fortnite. Ist das ein Auto? Ja, ist ein Auto. Müssen wir die Marke erraten? Ja. Wirklich? Ja. Ey, Julian, das kannst du aber besser. Ich kenn aber keine Marken. Aber auch keine Marken. Also... Man muss sagen, man kann's... Oh, das ist ein Pferd? Markenfarbe Rot. Markenfarbe Rot. Das ist so ein Pferd? Ja, ja, ja. Gotcha. Ja, Top-Size ist es. Das ist so... Von... Führ ihn schön in die Irre mit dem... mit dem gelben Ding. Markenfarbe Rot. Markenfarbe Rot. Konzentrier dich auf das Gelbe. Hä, was ist das Gelbe? Ich glaub, das soll das Ferrari Pferd sein, oder nicht? Ich wart gerade... Oh mein Gott. Kann man doch sehen. Okay, jetzt müssen wir gut raten. Okay, 200 Punkte nur noch. Oh, du führst Flo, du führst. Nice! Nice! Nice, nice, nice! Äh... Was ist das? Das ist Kennblatt? Das ist... Wenn man draufgeschrieben hat... Äh, das ist ein DIN A4. Das ist... DIN A4. Okay, sozusagen. Ja? Damit... treibt man einen... Aufsatz. Und sagt auch, wenn man ein Handy hat... Ich werde dir... Mhm. Okay. Flo hat schon wieder Punkte! Ah! Ich will hier nicht auf Platz 3 abstinken. Das gibt's ja nicht. Nur Julian ist schlechter als ich. Und ich mein, das... Ich glaub, das hat man mehr... Gesagt, als man noch SMS geschrieben hat. Julian ist halt extrem. Das halt. Hä? Wobei, Julian erratzt nicht. Er kriegt Tops weniger Punkte. Oh, stimmt! Stark! Oh ne, er kriegt trotzdem Punkte, weil wir es erraten haben. Äh, gedacht. Was?! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt brauche ich 400 Punkte, um... Flo einzuholen. No! Und ich brauche auch noch Punkte, um Tops einzuholen. Ah no! Und was ist das denn für ein Wort?! Wie viele verdammten Buchstaben sind denn das?! Hä? Warum wählst... Daumen runter! Warum wählst du denn so ein langes Wort? Pff! Ne. Sauerei. Das ist eine DHL-Packstation. Ich gebe euch mal einen Tipp, okay? Nein. Das hier ist nicht neu. Äh... Das ist schon... Wenn es nicht neu ist, dann ist es... Schrott. Nein. Gebraucht. Gebraucht... Wagen... Händler. Oh mein Gott! Hä? Ist es genug? Ich weiß es nicht. Warum? Ich habe es mit Doppel-E geschrieben, weil ich mich vertippt habe. Ah! Ah! Ich bin... Dumm! Okay. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ehrlich gesagt... Ich gehe dafür. Okay. Das... ist ein Kopf. Und es geht um dieses... Subjekt. Nein! Ich habe es... Ich habe es... Ich habe es... Guck mal, der hat hier... Pickle Slash Bark Stoppeln. Und jetzt... Und jetzt mal mal, dass es Tops ist. Ach so, dass es Tops ist? Warte, dann schielt der, oder? Jetzt mal... Hey! Ronja! Ah! Ey, voll das gute Gesicht! Hä? Warte, er muss noch ein bisschen verwirrt sein. Äh, vielleicht hat er nur wenige Haare. Hier, die anderen sind ihm schon ausgefallen. Oh, Spon! Eine Katze! Ja! Nein, das muss... Warte, sein... Sein Auge ist ein bisschen mehr so... Da! Ach so, Kinn! Ah, verdammt! Warum hat Ronja? Ey, du hättest so diesen Typ machen müssen, diesen Super... Ah! Ist okay, dritter Platz ist in Ordnung! Ich bin nicht wütend. Alles okay! Mein erster Sieg! Mein erster Sieg! Mein erster Sieg! Ich hab gewonnen! Das heißt, die Folge... Nein! Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da! Schreibt einen Kommentar, wer am besten gezeichnet hat! Ich hab super gezeichnet! Und ähm... Schreibt ansonsten, Tops stinkt, wenn ihr dazu nichts mehr sagen möchtet! Nein! Warte mal, ey! Ich warte nichts, bis das Video rauskommt, damit ich schreibe! Finde ich gut! Gut, dann bis zum nächsten Mal! Macht's gut! Ciao! Bis zum nächsten Mal!